willkommen zurück zur neuen folge mag auf diese folge 1126 wir haben der letzten folge hier bisschen zusammen gesammelt und das ganze hier dafür zur sorge tragen wird dass das hier nicht voll läuft jetzt müssen wir auch nicht warum laufen wir eigentlich in die falsche richtung das ist doch ein bisschen komisch ein bisschen dürfen das weiß ich nicht warum das so ist so können wir jetzt auf jeden fall den normal dahin schmeißen wunderbar dann ist ja auch da wir gucken mal was hier ab geht auch guck mal der hat hier noch so ein paar die der hier rein schieben kann also gut müssen wir noch nicht voll machen was haben wir da ja geht auch wieder genug zeug wir gehen noch mal nach oben und dann ist tag das ist sehr gut da können wir nämlich einmal hier rüber springen und gucken wo bzw was hier abgeht so wir sind stehen geblieben und zwar hier kommt auch noch ein haus sind das haben wir nur noch nicht geplant und das haben wir nur noch nicht geplant so ich habe mir nämlich noch ein bisschen leben zeugs ne genau da haben wir leben das heißt also wir werden natürlich nie never ever ein ganzes haus aus leben quasi bauen das heißt wenn wir jetzt sagen würden was haben wir denn für holz noch gar nicht gehabt was gibt es denn noch für holzorten wenn wir jetzt gibt es gibt es gibt die birke was sind das die dark oak oak also wir könnten auch warps annehmen dschungel her könnten wir nehmen ja was nehmen wir den dschungel hatten wir noch lange also hatten wir noch nicht haben wir dschungel eigentlich da das ist ja ein bisschen die frage ein bisschen holz 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 dschungel holz haben wir wahrscheinlich nicht da dann gucken wir mal was wir so an dschungel holz bei uns im lager haben dann können wir uns auch ein bisschen dschungel holz holen das ist auch eine gute idee zack hallo lass mich hier rein lass mich da rein hallo dankeschön wunderschön 3 1 2 3 können wir nochmal sechs decks da rein schmeißen ist hier schon jetzt noch gar nichts klarschiff so paper und paper zack 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 joa das geht auch geht doch schon gut zügig so wir wollten aber eigentlich dschungelholz suchen und zwar hier hier ist der neder und das holz hier hier ist auch grünzeugs wie viel papier ja geht noch ein bisschen was rein dieses holz ist hier dschungel 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 1 2 3 kommen wir mit hab wieder da wunderschön und direkt hier rüber gelaufen wunderschön wunder wunder wunderschön zack zack so wir können nämlich das holz ja irgendwo rein wo wir keinen platz haben egal wir machen das so wenn das auch so machen zack 1 2 3 und 4 wieder hoch 1 2 3 und dann hier 1 2 3 und so hoch und dann das ganze so das 4 sind 5 1 2 3 4 1 2 3 4 dann nehmen wir zu viel 1 zu viel wo wieder einer zu viel 3 und zack 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 wunderschön damit ja auch schon und jetzt die frage what do we do wifte mit dem material und für los aber wir hätten sogar dschungel lockt noch hier gehabt mir gar nicht runter gehen müssen naja gut womit füllen wir das aus wir könnten gut weiß ist halt direkt daneben da können wir halt nicht schwarz nehmen ne das geht nicht wir können kein schwarz nehmen das ist ja ein bisschen doof ne aber wir können auf jeden fall mal ein terracotta nehmen weil können wir nämlich da hinten noch ein terracotta nehmen und das haus auch noch mit einer seite einer art terracotta nehmen wenn wir jetzt grau nehmen grau dass es ein bisschen zu braun ist gelb orange würde ich sagen komm wir nehmen orange machen auch den eingang tatsächlich hier sprich da ansonsten können wir hier wunderschön vier acht zehn blöcke hinsetzen pro fenster zehn blöcke hinsetzen pro fenster wunderschön wunderschön ne das nicht wunderbar das ist ja nämlich nochmal so ein bisschen schön kontrastreich zu dem ganzen ne ich will dich schon gerne haben wir haben dich nämlich abgebaut um das wunderschöne mitzumachen ja das ist schon mal gut haben wir schon mal einmal was gebaut mit terracotta wunderbar dieser zurück was nehmen wir denn noch als building blöcke fürs dach was haben wir denn da das ist nix haben wir da weil das ist nämlich ein bisschen im weg das müssen wir hier nicht mehr gucken weil wir müssen die hier mal ab farmen kommen tun machen was auch immer zack 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 wunderschön 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 wunderbar so können wir haben was haben wir da wir haben hier sowas also wir haben ja gut wir haben das frauen kann weitergucken der ist damit doch schon da weiß will ich auch nicht aufs dach haben damit hieß move sandstone hier ist auch noch sandstone wenn ich jetzt sandstone nehmen würde würde sandstone nehmen wie sieht das denn aus das wäre dann ja quasi 2 hoch also quasi so und so ne sandstone sieht so wobei sandstone schon nicht schlecht aussehen könnte ich glaube das mache ich auch das heißt wir brauchen sandstone black concrete hier haben schmeißen wir den auch noch mit da rein dann brauchen wir bricks die brauchen wir wir brauchen eventuell sogar noch ein paar mehr stufen und ein paar bilden blöcke ein paar bilden blöcke was haben wir denn hier für bilden blöcke da können wir erde nehmen geben ganz kurz zeug ansammeln wunderschön wunder 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 wunderschön super super geil hier schnell die noch mein deko elemente rein sticks können wir auch mit da rein schmeißen brauchen wir nicht eben wir brauchen die blöcke zum bauen und zwar zack wunderschön wunderbar so das heißt hier werden wir jetzt schon mal gerade daneben springen genau wir bauen uns schon mal daneben dann können wir schon mal gerade blöcke hinsetzen die wir nachher dann brauchen zack 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 wunderbar so und da können wir jetzt hier anfangen mit den treppen und zwar so so Tayo halb diyorum so anehm ...so sano boom allevi ...so und nicht so so ...so sondern so lockdown raz Adam zack 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 ile we can auch gerade mal kurz so die treppen setzen ...zack ...wunderschön das geht doch viel schneller geht doch viel schneller aber wir sehen schon gerade wir brauchen noch mal massig blackstone massig an blackstone brauchen wir zack ja gut den rest müssen wir von oben machen da kommen wir nicht hin das heißt wir müssen uns mal gucken ob wir noch blackstone haben zack zack ne dann müssen wir erstmal so machen das heißt wir brauchen blackstone blackstone holen wir uns auch mal 6 decks weil die brauchen wir sowieso sehr viel die brauchen wir sowieso sehr viel wunderwunder wunderschön so gut den einen können wir auch tatsächlich da ins lager schmeißen hier ist wahrscheinlich noch nicht leer ne ja auch nicht da aber weg damit den 50.000 sachen so blackstone ich würde schon gerade sagen was macht da die schwarzkatze bei dem blackstone ist sogar hier die wir brauchen polished genau polished blackstone aber wir können ja auch zwei drei blackstone nehmen und dann können wir die doch äh zu polished blackstone der es verarbeiten mal so einen halben stack zu polished blackstone dings genau und den blackstone nehmen wir einfach mal so mit brauchen wir nicht zu polished verarbeiten was ja kein sinn macht ne das macht ja absolut keinen sinn zack deshalb können wir jetzt das da noch fertig machen na ja fertig nicht mehr heute heute nicht mehr fertig zack heute machen wir es nicht mehr fertig wunderschön aber ich würde sagen wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder wenn es die verhalten lassen und positiv bleibt mit einer urheilung abo bis zur nächsten folge tschau leute